ezelt um seine nyvd dork sout ich muss erstmal gucken was mit sie alles so machte z 알by h newman 나�yn jajajaja sechs umhatteцы im name gar Только Prozent geschicklichkeiten gerne nicht nur oder so gehen naja wie dem auch sei wir reisen und zwar zur hohen mauer können wir eine runde mauern was für ein dummer spruch ja mal gucken ob ich noch klarkomme hier mit dem spiel ich habe da eine woche nicht gespielt oder so fast eine woche werden vermutlich wieder ordentlich auf die fresse kriegen wie immer aber ist mir gewohnt bei dark souls musste ich jetzt hier lang da oben gab es nichts oder oder waren wir da schon mal da oben haben wir glaube ich am anfang herne ja genau hier kamen wir am anfang her ist hier eigentlich irgendwas ne einmal sinnlos so da ging es runter und hier ging es runter wir gehen hier runter glaube ich gut schild war so das müssen wir da reinkommen mehr genau so wurde das gespielt okay das ist immer ganz gut um ein spiel einzufinden weil hier ist ja nichts was was aushält nichts gefährliches dabei habe ich jetzt hier alle nöhe hier ist nur einer die schauen wir uns gleich mal an vielleicht ist das ja mal zur abwechslung was besseres als das was wir haben was ich aber nicht glaube äh inventar ist auf jeden fall leichter hält aber auch weniger ab aber besser gegen magie feuer blitz er hat schon seine vorteile ne besser gegen fluch blutung gift kälte also da nur halt vom physischen schaden und so was da hält es nicht so gut war es weg hm naja gut aber in allen anderen sachen klar besser da fällt er um oh oh der lebt ja noch hey bro ach miss daneben gleich mal einen neben mir so und schnell nach unten wuppdi du so erstmal wieder zurechtfinden hier hab schon wieder die hälfte vergessen hey du da komm mal her komm komm hier bin ich komm ja komm ja wo ist er ja wo ist er ja wo ist der feine ach an den feinen da hinten meinte ich nicht ja diese rolle kam auch sehr pünktlich hey du da was willst denn du von mir ja und der nächste kommt angehoppelt he he boah das ein ach okay hier wäre also feuerschutz ganz praktisch ach jetzt kommt da alle oder was ähm ja boah eindeutig zu viele feinde hier das waren schon meine ganzen flacken uns alter alter ach hör doch auf hör doch auf man wir machen uns ja ein schönes spiel na 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 der will nicht ach hör auf da hinten du penner ach das wird nix das ist blöd hier die beiden der da nimmt sein schild nicht runter und der da hinten ist schwül puh ja ich habe nur noch einen flacken einen flacken einen flacken einen flacken ne gar keinen flacken meine ich und ich bin fast tot dementsprechend bräuchte ich doch mal ein leuchtfeuer push're per ch oh gott hör doch auf hör doch auf fast du mich jetzt nö ne doch ähm ja tschüss mein freund Gegen dich habe ich doch keine Chance. Das sehe ich doch jetzt schon. Gucken wir mal, was hier oben abgeht. Oh! Och, nee. Okay. Da oben. Brauche ich gar nicht lang gehen. Öh! Okay. Zu viel dazu. Alter, das ist ja mal richtig scheiße. Da kann ich ja lang gehen, wo ich will. Da kriege ich ja überall aufs Maul. Was soll denn die scheiße? Ja, lassen wir die hier beten erst mal. Alter! Halt! Maul! Hö! Halt da auf! So. Hier lasse ich jetzt erst mal Ruhe. Alter, ich habe doch mich still oben. Mann, Mann, Mann. Hätte ich was fallen lassen? Nö. Oh, das wird hier ganz schlimm mit nur vier Flackhorns. Das ist ja richtig nervig. Gegen so viel kann höchstens sowas wir machen. Ja. Bringt es auf jeden Fall sehr. Aber da liegen wenigstens meine Flackhorns- äh, meine Seelen schon. Muss also nicht dahinter, wo ich gestorben bin. Oh, der Drache macht schon Party. Das ist ja das Problem ist, ich komme jetzt ein Leben vorbei. Vor hier. Oh, der Drache. Hey! Oh! Oh. Oh! Oh. Oh! Oh! Hey! Alter, hörst du auf? Ach, hör doch auf. Boah. Wie soll ich denn an so einem vorbeikommen? Alter. Okay, das Spiel nervt mich jetzt schon wieder. Ja, das nervt mich jetzt schon wieder. So macht das doch gar keinen Spaß, ey. Ich brauche wohl mal eine bessere Waffe. Hallo? Hallo? Ach, hör auf, ey. Das Spiel ist scheiße. Alter, das gibt es nicht. Mit vier Flakons habe ich doch da keine Chance, wenn ich da gleich in so einem dann nachher rein muss. Ich habe jetzt wenigstens den Drachen, der mich da ein bisschen unterstützt. aber da habe ich keine Chance. Wie soll ich denn den da besiegen, dann? Geht doch gar nicht. Geht doch gar nicht. Geh, geh. Geh. Oh, da liegt noch einer. Mein Soldatenhelm. Aber kann ich jetzt nicht gucken. Muss ja erstmal ihn da triggern. Das finde ich sehr schön gemein. Wir haben ja auch nur scheiß Waffen. Glocke. Ich brauche keine Glocke. So. Der Helm. Der Helm. Warum? Das ist natürlich schwerer. Die sind etwas langsamer. Aber das macht nichts. Aber trotzdem. So kann man den machen. Gut. Schön, dass wir genug Brandbomben hatten. Komm ich hier? Ne. Von der anderen Seite. Ich muss garantiert da oben lang. Weißt du. Bei dem Zirkus-Clown. Wer ist denn hier gestorben? Bestimmt an dem Arschloch da. Vorsicht vor links. Ich wollte gerade sagen, hier ist weder links noch rechts was. Hat sich ja dann erledigt. Da geht's hoch. Und hier geht's runter. Wo möchte ich lang? Hi, du da. Oh, war da. Hallo? Höh! Tolle Aussicht. Wo denn? Hier. Ja, sehr schön. Okay, wo geht's hier lang? Da gibt's auf jeden Fall was. Ich höre hier überall Schritte. Ach, guck mal. Höh! Uiuiui. Okay. Oh, Backstab. So. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Oh. Versuch' Geschoss. Versuch' Geschoss. Oh Gott, nicht so was gegangen. Hehe. Digga. Lass mal. Lass, lass mal gut sein. Kommst du hier hoch, nö, ne? Nö, nö. Hm. Aber ich kann ja. Genau, ich hab ja das nicht hier. Was denn? Ich hab doch... Ah. Oh Gott. Ich hätte gedacht. Der tut mir nicht, ah. Wie wir sehen, traf er doch. Zitternitscheibe und Glut. Na, das ist gut. Brandbombe auch sehr schön. Ob ich überall hier diese Viecher höre. Tolle Aussicht vor. Oh ja. Das sieht ja schön aus hier. Das ist ja springen. Klar, ich springe runter, oder was? Ich bin... Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Fettsack? Große Seele. Oh. Oh, wie schön. Kruder Edelstein. Ah, fein. Bei dem Viecher muss man immer schnell sein, ne? Das kennen wir ja noch. Sonst sind die weg. Da möchte ich, glaube ich, noch gar nicht runter. Ich glaube, da möchte ich noch gar nicht runter. Hier gab es ja auch noch Wege. Möchte ich, glaube ich, zuerst mal gucken gehen. Ähm. Und zwar... Ja, hier geht's runter. Geht's nicht... Da oben kommen wir her, aber dann ging's, glaube ich, noch höher, oder? Ne, hier geht's runter. Und was uns da unten erwartet, sehen wir in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.